Oh mein Gott! So, ne, ich hab noch nicht herausgefunden, sondern ich lade einfach mal den Kontrollpunkt. Da hinten sind sie, die kommen schon langsam. So, du bist weg! Du bist weg! Okay, die Waffe ist cool, ist cool, ist cool. So, jetzt hab ich so ein Gefühl, dass... ...gleich dieser Megatyp hier kommt. Wenn ich... Alter! Der blöde... Da hinten, ich hab einen gesehen. So, ich hab Granaten bekommen, ich hab alles bekommen. So, und jetzt müsste eigentlich der Riese kommen. Vielleicht kann ich hier durch. Ne, kann ich nicht. Gesperrt. Ich hab's da mit euch! Ah, du Hurenpast! Oh, es laggt! Mega lag! Oh mein Gott, Standbild. Ähm, wow! Standbild. Scheiße, Scheiße! Ah, ah, ah! Wow! Nein, nein, nein! Nein! Scheiße! Wie geht denn das? Fuck it! Wie besiegt man denn so ein Fuck-Ding? Die geben ja auch gar keine Tipps und gar nichts. Ja, du brauchst gar nichts. Scheiße! Ich bin grad gereizt. Nein, brauchst du nicht. Du brauchst einen sicheren Tod und den kriegst du von mir. So, du kommst doch nicht mal erst rüber. Dann müsste hier noch irgendwo einer sein. Ne, dort. Und da. Ah, so. Arsch! Geh zurück! Geh zurück! Ich kann meinen gar nicht sehen! Wie wechsle ich die Granaten? Ah! Komm da raus! Was ist das für eine? Stimmt! Ach, genau, die brauche ich auch, glaub ich, die roten. Die Kugelgranaten. So, jetzt mal hier Zeitlupen mäßig so. Hiiii! Und noch eine! So. Eieiei! Eieiei! Dock dich mal lieber! Wow Ja, 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 alles cool, alles cool Nein, Mann, fuck Oh Gott Wie ich das hasse Halt's Maul Und jetzt bin ich langsam wirklich gereizt Oh Gott, Zeitlupe Boah, Leute, es tut mir leid Aber ich bin gerade wirklich genervt Wie wechselt man Granaten? Auf drei, so, vier, nein Ja, super Ja, boom Und Lubu ist im Arsch So So, jetzt kommen hier zwei So, jetzt müsste Big Boss kommen Aber wie besiegt man ihn denn, bitteschön? Scheiße Okay, hier ist keiner mehr Doch Da hinten Oh, oh Sackgasse Wow Nicht gut Gar nicht gut Gar nicht gut, gar nicht gut So, das schaltet ihn aus oh my god oh my god oh my god fuck you boah was oh Leute ich mache ihn kurz fertig was heißt kurz wahrscheinlich brauche ich den ganzen Tag für und dann sehen wir uns wieder wenn ich ihn besiegt habe alles klar oh ich hoffe ihr nehmt es mir nicht übel aber ich reg mich hier nur noch auf komm runter Lu komm runter okay bis gleich puah so ich bin wieder da und der Kampf ging eigentlich nicht so lang aber ich habe auch nur einen Versuch jetzt gebraucht seitdem ich gestoppt habe und ich weiß gar nicht wieso ich mich so aufgeregt habe es tut mir nochmal leid an dieser Stelle äh ich musste ihn einfach nur mit diesen runden beschissen Granaten äh Elektrogranaten äh betäuben quasi also kampfunfähig machen und dann musste ich einfach auf ihn losschießen und dann ist er explodiert das war ziemlich einfach wieso habe ich mich eigentlich aufgeregt Gott wie peinlich aber egal wir machen hier weiter ich hoffe ihr nehmt mir das nicht übel meine kleinen emotionalen Ausbrüche so weiter in die Bude hier komm rein in die gute Stube denn hier gibt es ordentlich was zur Bude haha toller Reim so hier ist ach hier hätte ich fast übersehen da vorne ist noch einer ja ich bin ja auch schon gleich draußen ich brauche keine Couch nach mir zu werfen larari larara denkst du ich habe Angst vor dir no I'm not ich komme nicht ich komme da nicht vorbei okay man kann nicht laufen man kann nur nochmal gehen also laufen in dem Sinne von rennen no ist klar ich kann ein Bild wegschieben nur durch meine Füße ist cool ist cool ist cool ist das ein hässliches Bild würde ich niemals kaufen I hate you danke das nenne ich doch meine Willkommens Message so jetzt ist hate you weg toll dann muss ich nach oben oder wie und ich kann nicht rennen ich muss so langsam laufen ach jetzt wieder hey ich will da rein oh Chuck ist cool ist euch halt meine Freundin Schatz Schatz ich bin zu Hause the end is high das Ende ist hoch also über uns oder wie das Ende ist oben so verstehe ich das zumindest wir machen die Tür zu wir sind doch ein Netter Schatz ich bin zu Hause oh hast du schon deine Klamotten rausgenommen du Sau okay gehen wir zuerst hier hin nee können wir nicht ich habe doch schon so ein bisschen ein mulmiges Gefühl diese Teddybären die sind auch überall so aus dem Fenster nee ähm so damit uns keiner stört hier ist nichts auch nichts Schatz wo hast du dich verstanden ach Schatz hast du wieder eine Party gefeiert und nicht aufgeräumt Mann ah Gott wow ach du Arsch ich dachte du greifst mich nicht an Schatz deine Party gäste sind unfreundlich ich mag sie nicht nee ich will aber dahin na geht nicht na gut dann oh von hinten kommst du an du Drecksau was habt ihr euch dann angeguckt Blue Screen wow oh Seele 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 hier ich hab nicht mehr so viel Munition mit dieser Waffe natürlich ganz blöd dann nehmen wir mal die andere also von Zimmergestaltung und Raumgestaltung habt ihr ja sowas von gar keine Ahnung also da muss mal Tina Wittler zu euch kommen ganz klar so boom oh Schatz bist du unter der Dusche ich hab dich für meine Frau gehalten komm keiner da irgendwie kann ich irgendwie dann da durch da runter da da muss ich glaube runter nee Moment von da bin ich doch gekommen ah hier gibt es auch einen Keller da nehme ich immer die Taschenlampe Alma das war Alma 100% oh Schatz ich hab dich wir können versteck nicht spielen aufhören oder wow hm was gibt es denn so an DVD zu Oswald was habt ihr euch denn angeguckt der Oval wow kennt nicht gar nichts aus wie der Ring so eine billige Nachmacher so